Es gibt sehr wenige Hochhäuser in Augsburg und ich glaube, das könnte man an sich gut ändern. Es wird Zuzug von Menschen aus München kommen. Wir müssen eigentlich aufs Land ziehen, da haben Kinder mehr frische Luft. Ich habe zwei Orte hier in Oberhausen, die ich Kraftorte nenne, also die ich einfach sehr liebe. Es ist ja auch Erben in Deutschland, eine gewisse Schicht wird ja auch immer reicher, es wird vererbt und andere bleiben auf der Strecke.